Das Wasser ist etwas komplett Spannendes. Das kann man eigentlich nicht beherrschen und das ist immer eine neue Herausforderung. Das Wasser hat einfach eine Magie und wenn es bewegt und man die Energie vom Wasser nutzt, das ist einfach ein unglaubliches Lebensgefühl. Es ist immer abwechslungsreich, man hat immer neue Herausforderungen und im Sommer ist es auch eine Erfrischung und es macht halt Spaß. Ähnliche Geschwindigkeit wird am Wasser fast nicht anders erreicht als im Rudern, wenn es aus eigener Kraft kommt. Musik Es ist ein unglaublich dynamischer Sport, das ist immer etwas anderes. Man erlebt bei jeder Trainingseinheit etwas Neues und das macht einen Reiz irgendwie aus. Musik Was mich am Kanu-Sport fasziniert ist, dass man diese Symbiose mit dem Wasser eingehen muss, wo man trotzdem die schnellste Linie finden muss und das Wasser aber auch gleichzeitig optimal nutzen muss, damit man schnell sein kann. Musik 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 你看 Musik 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 overview